was geht ab meine lieben freunde ein wunderschönen guten tag herzlich willkommen bei einem neuen unboxing unboxing alles klar gibt man box wuff 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 okay das war hammer das schlechte vor allem wie bellig was ist das für ein bellen warte ignoriert mich einfach ignoriert mich das finde ich auf jeden fall gut gemacht ja mein erschlägt mich gar nicht zu schlagen sonst schläge zurück den kannst du in einen popo stecken während du egal was du tust kann interessant sein du hast eine doppelte doppelt gemoppelt kann manchmal echt gut sein spekulatius flavor topping ist schon krass kummer der feldsack weißt du nicht ein zum probieren könnt ihr scheiße schmecken die direktraum entschuldigung ist unverschämt aber schmeckt richtig krass habt ihr gehört dieses tschüss kam richtig aus dem herzen also die muss ich noch paar mal im restaurant essen ich wünsche auch gerade ich mir im restaurant mit falafel essen ihr müsst immer so leiden wenn ich hungrig videos mache soll das ding ist auf jeden fall ich bin zu meinem mann hingegangen mit diesem anderen masturbator letztes jahr aus dem kalender er war am frühstücken und ich dachte das ist eine taschenmumi und dann bin ich bin ich zu ihm hingegangen ich so hier hast du schon mal eine taschenmumi probiert also warum kellogg's essen er so was hast du schon mal eine taschenmumi probiert also nein habe ich nicht ich so willst du ich schwöre hätte er machen können können wir probieren weil ich war auch neugierig wie das ist hat er dann nicht gemacht ich weiß nicht bin ich ein verfressener bastard wenn ich die tüte gerade an meinem kopf hatte und jetzt hiervon probiere oder gehe ich einfach meiner verpflichtung nach als professionelle youtuberin zu gucken ob das ein empfehlenswertes produktes ich probiere mal ich will ja nicht dass hier irgendwie blödsinn kauft okay jetzt wird es interessant und ich muss mich dezent ausdrücken ich hatte letztes so ein dildo bei einem adventskalender und dann drückt ich mal dezent aus wenn du weißt deine schwiegereltern gucken deine videos ja ich bin hart im nehmen was soll ich sagen ja wenn ich jetzt denke ich hätte einen pipi max auch wenn ich einen pipi max hätte wird der bazooka joe heißen das nebenbei mädiger das kann er auch nicht mehr also sorry du hast schon verkackt er kann das jetzt nicht mehr gut machen so weil dafür hast du mich zu oft jetzt enttäuscht die liebesgespräche mit dem kalender das war so geil ich habe die ganzen kalender ausgepackt und ich bin dann halt immer random zu ihm hingegangen weil er kennt ja wegen meinen ganzen videos was ich so mache so und dann bin ich immer nach dem auspacken zu meinem mann gegangen ey guck mal hast du den dildo hier schon gesehen ey ich hab hier ein sexquiz wollen wir machen ey hast du schon mal einen anal plan benutzt und solche sachen also aber krass und mein mann immer so hä was laberst du was so auch mitten beim frühstück und so außen nichts kam ich immer zu ihm mit meinen sachen die ich halt in diesen kalendern entdeckt habe herzlich willkommen zu einem neuen adventskalender unboxing video von mir ja moin ich sage immer unboxing so wie bugs so schläge weißt du unboxing du musst dir vorstellen du bist verschwitzt du sagst ey officer sexy soll ich dich verhaften ja bitte officer okay was geht ab meine lieben freunde das war hammerdumm ich wollte irgendwie ein cooles intro machen für mein video weil ich dachte ich habe sowas hinter der schulter so auf muskulös aber stell dir vor jemand guckt jetzt zum allerersten mal dieses video er denkt doch ich hab völlig die klatsche auf den ich klatsche offen die schrauben locker die tassen im schrank die schrauben sitzen fest und die tassen sind im schrank alle macht euch keinen kopf wuff 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 okay das war hammer das schlechte intro was war das denn vor allem wie bellig was ist das für ein bellen warte ignoriert mich einfach digga ignoriert mich aber jetzt gerade wenn ich so gucke denke ich so okay ich hätte mir noch 60 euro in den bürger bei mcdonald's das hier eine euro gekostet haben ist um millionen jahre her aber es ist bitte sind fall dich wie ein normaler beauty blogger bitte bleibt normal nordic bloom mit die entwicklung der halte ein maul rich day cream schöne tagespflege habt ihr das gesehen was war das denn die zoom gehen mal ein bisschen zurück nicht so auf mein mundgesicht dieser automatische zoom ist manchmal richtig heftig türchen 6 9 9 9 9 9 9 guck mal die rhymes fließen aus mir raus keine ahnung digga ich wollte irgendwie cool eine tür öffnen das sollte eine rakete darstellen jetzt öffnen wir tücher nummer 8 und glaube im gesicht können wir auch alle gut gebrauchen deswegen kommt es auch auf den guten haufen manchmal kommen die rhymes einfach aus mir raus ich bin eigentlich geboren als rapper ja das sage ich aber auch wenn ich haus auf maus reihe also ignoriert das warte ich zeige euch das an meinen mittelfinger ja okay warte der mittelfinger war nicht die beste präsentation nehmen wir mal den zeigefinger haufen wo kommt der jetzt von fliege her und erschreckt mich denn was ist denn hier lust der dunkle mörder kommt von oben yo geh weg und nerf mich nicht war kein dunkler mörder war nur eine nervige fliege keine ahnung wo sie ist aber ich kann gar nichts damit anfangen digga ich lackiere so ganz normal und dann ist der drop auch gelutscht ich würde jetzt auch gerne irgendwie bonbon lutschen langsam habe ich hunger mache ich nach dem video dass das raumparf riecht sehr gut aber das war jetzt echt also in die nase in den mund und in die augen war jetzt im echt dumm gesprüht das heißt so ein richtiger live beweis meiner dummheit zwar jetzt schmeckt mein mund auch nach dem parfum okay alles klar ist immer 31 jahre alt gibt sich mühe bei ihren haufen und sagt das dann so in den videos alles klar herzlich willkommen bei einem neuen unboxing unboxing alles klar gibt man box ist ist nicht so mein gebiet ich bin eher so der schwappler so gut das resultat meiner web suche was laberst du schreckt mich nicht ich habe mich voll erschrocken ich denke wer labert hier mein handy fängt an zu reden staunze so die gieß ich zeige euch jetzt mal meine häufchen verteilung wer hätte gedacht dass ich mal so einen satz sagen ich zeige euch jetzt meine haufen wenn jemand kein englisch kann ist er schon so ein bisschen ich bin also ich bin beauty youtuberin und ich mache mein videos das zeichen falls ihr nicht wisst was das heißt das heißt du wurdest das sind so ohrringe die so durchs ohr gehen ja das sind ohrringe die durchs ohr gehen richtige high quality content hier auch ich auch sehr gut riecht aber auch so wie so weiß nicht so als ob so ein verwegener surfer an der vorbeiläuft nicht so ein schmierlappensurfer sondern so ein verwegener so ein aragon von 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 herr der ringe der geradezu fähig surft so riecht das mit schokoduft guck mal gesicht zu direkt gänsehaut ich mag kein schokoduft mein ganzer körper zieht sich da zusammen ich dachte gerade das ist eine gesichtscreme bei fünf gramm gesichtscreme kann ich mir auch in den arsch decken so weißt du wie ich meine denke nicht eine sekunde darüber nach sich irgendwie freundlich und nett auszudrücken sondern immer frei raus was soll ich mit einem monat online free karaoke also wenn ich zu sprechen ich streng bin sagt man das gerne aber glaubst du ich setze mich an mein computer und sieben i believe i can fly halt deine schnauze okay mir wird auch warm vom vom reden sachen hochhalten okay fett sagt machen wir nicht das mal riechen ich habe ein ganz 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 leichten würgelreflex ich habe parfa in den mundten bekommen und ins Auge und in die Nase rein. Was ist das denn hier? Da ist ein Vieh. Bro, geh mal weg hier. Was machst du da? Digga, was ist das hier? Komm mal klar. Kommt natürlich auf den guten Haufen. Bro, du kannst Schokolade darin schmelzen. Was denkst du denn? Auf welchen Haufen ich das packe? Yo. Pizza, Pasta, Zaubern. Natürlich kommt das auf einen guten Haufen. Ich mag Pizza, ich mag Pasta. Was geht ab? Aha, guck mal. Ich habe ein schmutziges Design entdeckt. Ich sehe da Brüste. Das riecht so, oh, das riecht richtig krass. Das riecht so wie etwas, was man sofort essen möchte. Okay, dann lass sofort essen, warte. Ist aber egal, Digga, YOLO. Manchmal kommt Officer Sexy und kann einen verhaften und dann brauchst du Handschellen, die sehr stabil sind. So, muskulös. Kann man es auch nennen. Oder auch nicht. Ja, Moin, stell dir vor, jemand guckt das Video, der mich nicht kennt. Der denkt auch, okay, wie viele Persönlichkeiten sind da? 20! Nein, ich muss jetzt mal kugeln für... Digga, wie das... Schreib doch auf Deutsch, ey, immer dieses... Ja, halt deine Fresse, Mann. Nein, ich bin einfach vielleicht ein Bauer, muss man halt dazu sagen. Niemand tut was ein, aber dafür soll der Kalender krass sein. Heftiger Rhyme, der Rapper in mir, hast du gehört? Das hier ist eine Peitsche, die hat eine scheiß Quali. Also feiere ich persönlich nicht so. Plus ich persönlich, ich bin kein ausgebildeter Peitscher, aber es ist auch... Dieses Gebiet ist jetzt auch... Also ich dann... Ich habe auch auf diesem Gebiet verschiedenste Erfahrungen möglicherweise gemacht. Officer Sexy. Das ist mein Spitzname. Das war mal mein Spitzname. Officer Sexy, aber dann wurde ich alt. Nein, Spaß. Das ist immer noch mein Spitzname. Auf jeden Fall. Niemand nennt mich so, außer mir selber, aber egal. Das war aber ein schnelles Video, aber es waren ja auch nur zwölf Stunden. In diesem Sinne, die... Zwölf Stunden? Was laberst du? Immer diese zwei Persönlichkeiten von mir, die miteinander reden. Was laberst du? Was laber ich denn? In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.